Jetzt wirst du sehen, wie ich erfolgreich mit der GEZ umgegangen bin. Ja, es gibt ein, zwei, drei Wege, die man nutzen kann, auch als Protest oder als Befreiung. Ich zeige dir hier einen Trick, eine Möglichkeit, einen eleganten Weg, mit der GEZ zurechtzukommen. Früher nannte man die Beitragsservice oder nee, jetzt so nennt man das und früher nannte man das GEZ. Also ich hatte mal ein schlimmes Jahr. Die Jobcenter-Behörde hat immer nur für drei Monate bewilligt, also sollte ich mich im Jahr viermal selber befreien. Das war mir dann zu bunt und ich habe mich nicht mehr bei der GEZ befreit. Damals musste man noch alles per Post machen. Genau, ich hatte mal beim Jobcenter Oldenburg, bei der asozialsten Stelle Deutschlands, wirklich ein Jahr mit immer nur drei Monate Bewilligung. Das haben die absichtlich gemacht, weil die wollten mich abschieben zum Sozialamt. Die wollten mich so lange bewilligen. Und das war mir dann echt zu aufwendig. Also ich habe sonst schon Schwierigkeiten, mein Papierkram hin zu erledigen, zu machen. Und dann habe ich viermal so ein Schreiben gekriegt. Sie sind von der GEZ befreit und musste ich das da hinschicken. Immer Briefmarke, wieder ausdrucken, irgendwelche Formulare aus dem Internet runterladen. Dann muss man das. Das war mir zu viel. Das ist also, ich habe immer beim nächsten Mal schon wieder vergessen, wie ich das machen muss. Und das war mir zu viel Aufwand. Und das war mir dann auch zu blöd. Ich habe es dann gelassen. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Es hatte mich überfordert. Und dadurch habe ich aber auch gemerkt, ich muss immer wissen, wenn ich etwas nicht kann, was passiert. Und tatsächlich heute, 2021, vorbildlich, kann ich das mit euch teilen. Und zwar, wie lässt man sich befreien? Eine Befreiung ist möglich, und zwar bis zu drei Jahre rückwirkend. Das heißt, die Behörde will was von euch. Ihr könnt euch drei Jahre befreien lassen. Jetzt natürlich mein Trick ist nur für Menschen, die arm sind. Ich habe noch andere Tricks. Dann müsst ihr euch die anderen Videos angucken, für Menschen, die mehr Geld haben. Da kann man auch ein bisschen drehen und so weiter. Aber sonst kommt man nicht drum herum und muss den Scheiß zahlen. Das ist eine schwierige Situation. Aber für die Menschen, die arm sind, die so an der Armutsgrenze leben, die da so ein bisschen drunter, drüber sind und da kann man sich arm rechnen oder man zahlt nur einen ganz kleinen Teil oder halt so wie die meisten gar keinen. Wer nämlich unterhalb des Fendungsbetrags liegt und da Achtung, Achtung liegt so bei 1100, 1200. Ich weiß den aktuellen jetzt nicht. Müsste ich mal nachschauen. Da gibt es auch ein eigenes Video. Der wird wieder erhöht 2022. Da muss man das einfach nicht zahlen. Also man sagt, der Fendungsbetrag ist so wenig Geld, dass man damit zurechtkommen muss. Da wird euch auch keiner fänden. Wie denn auch? Die GZ-Behörde will ja dann los und euch Geld wegnehmen? Nee. Also unterschwellig ist das sozusagen die neue Befreiungsgrenze deutschlandweit. Jetzt kann man sich ja drei Jahre zurückbefreien. Das habe ich mir gedacht, okay, wenn das so ist. Das ist hier offiziell. Das ist so ein Screenshot von der Internetseite. Da unten seht ihr rundfunkbeitrag.de, der Link und so weiter. Und da könnt ihr einfach für Seite tun. So, nur ihr braucht die nicht mal abheften. Also auch viele verlieren dieses Schreiben. Oder wenn es dann darauf ankommt, wissen es nicht mehr. Hier, jetzt Taschenspielertrick und der Ass im Ärmel. Und aufbewahren der Unterlagen brauchst du auch nicht. Beantrage einfach zweieinhalb Jahre über die DSGVO beim Amt deine Unterlagen. Dort liegen alle deine Befreiungen schon ordentlich abgeheftet bei. Also wenn du jetzt beim Amt bist, dann liegen da die ganzen... Wie sieht so eine Befreiung aus? So. Ich habe hier eine gefunden. Ich habe nämlich auch so eine DSGVO. Anfrage geschickt. Und ich habe jetzt 2021 sogar die von 2015 noch gefunden. Wow. Dann hat man sie. Kann man sie jetzt hinschicken. Oder auch dann zum Anwalt geben. Gericht. So was alles. So. Das ist ein kleiner Protest. Also so kann man auch erstmal die... GEZ sag ich noch, weil ich von früher bin. Diese Behörde, ja, einfach mal laufen lassen. Sie verbraucht noch mehr Steuergeld und am Ende kriegt sie nichts. So ein stiller Protest. Sehr erfolgreich. Also auch wenn du dich befreien lassen könntest, kannst du nämlich einfach erstmal nicht reagieren. Dadurch subventionierst du. Du hilfst den Mitarbeitern sozusagen zu arbeiten, weil die haben ja sonst nichts zu tun. Und damit hilfst du denen, die Pension zu kriegen. Dir passiert nichts. Das ist sozusagen ein gutes Geschenk an die GEZ-Behörde. So müssen wir das sehen. Ja, ganz positiv. Das sind nette Menschen. Die können auch nichts dafür. Und die führen auch nur Befehle aus. Und die möchten auch irgendwann mal ihre Pension erreichen. Und denen machen wir es einfach. Nehmen wir ihnen Arbeit machen. Dann haben sie was zu tun. Zwei, drei Jahre. Wir können das immer alle drei Jahre wieder machen. Punkt. Lass uns das sportlich und humorvoll sehen. Also lehn dich zurück. Entspann dich. GEZ, wenn du beim Amt bist, werf es weg. Ganz locker. Ganz entspannt. Die können dich nicht fänden. Du hast doch nichts. Du kannst dir eher mal ein anderes Video anschauen, wie du dich fändungssicher aufstellst. Sachen überraten, Kredite zu bezahlen. Zumindest Elektroartikel. Aber sonst hab auch einfach nicht so viel. Keine teuren Sachen haben. Ist auch sehr befreiend. Tut dem Geldbeutel gut. Kaufsachen, die schon mal benutzt worden sind. Oder ich hab so etwas hier aus einer Pleite. Da ist so eine, hier dieser Stuhl, ist total schön und so. Der hat zwar ein paar Macken, aber diese Firma ist pleite gegangen. Und dann ist das ein Ausstellungsstück gewesen von einem Möbelhaus. Ja. Hab ich gefragt. Gefällt mir auch. Jetzt ist ja berühmt. Dieser Stuhl oder Sessel hat hier jetzt einen wahnsinnigen Wert. Aber sonst ist hier nicht zu fänden. Ich hab sowieso die letzten sechs Jahre in der Insolvenz gelebt. Da konnte ich das gut trainieren. Und hab auch nicht vor, Vermögen zu haben. Also wenn du meine Videos hier siehst, ich bin der erste YouTuber und Streamer, der kein Geld von euch möchte. Ganz im Gegenteil. Bitte gib mir gar kein Geld. Weil das müsste ich irgendwie angeben und verrechnen. Und dann wird das ganz kompliziert. Nein, ich habe ausgesorgt, mir geht es gut und das soll so bleiben. So, wir haben hier die GEZ. Und jetzt kommt der Profi-Tipp. Das war jetzt der erste Punkt. Die meisten Menschen können jetzt hier schon das genießen. Das ist schön. Da ist schon mal eine Entspannung, eine Entlastung. Die Behörden helfen uns nicht. Eigentlich könnte der Server vom Jobcenter dem Server der GEZ-Stelle sagen, einfach, der ist befreit. Das ist jetzt ein kostenloses Coaching von mir. Ich berechne da jetzt mal nichts für. Kann ich gerne für euch umsetzen mit meinem Team. Aber da müssen wir mal gucken. So, und jetzt, das Video geht weiter. Profi-Tipp. Wie macht das der Profi? Wie mache ich das? Naja, ich habe da noch einen draufgesetzt. Und jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, was ich mir da notiert habe. Zweite Stufe. Nur für Profis. Lebe einfach unterhalb der Fändungsgrenze. Genau. Dann schicken die auch noch einen Gerichtsvollzieher los. Und du hast sowas wie bezahlte Freunde. Geil. Komm, Leute vorbei. Mit denen kannst du reden, quatschen. Ich komme gerne in den Dialog. Ich habe da richtig Spaß dran. Auch so eine Führung durch die Wohnung. Ich sage dann, guck mal hier. Das habe ich gemacht. Oder ich habe diese Gardinen selber so zusammengenäht. Also ich habe zwei kurze Gardinen zusammengenäht. Und ich habe hier ein Smart Home. Ich habe so ein kleines Gerät hinter meinem Badezimmerspiegel angebracht. Und dann geht das mit einem Bewegungsmelder alleine an. Wow. Oder manchmal habe ich auch was zu essen. Dann bete ich das natürlich nicht an. Also ich möchte diejenigen ja nicht vergiften. Außerdem ist das viel zu gut für die. Also so gutes Essen, wie ich hier habe, das ist nicht so einem Fremden, den ich noch nicht so lange kenne. Also nur wenn ich Freunde habe, die ich seit drei Jahren kenne. Mit denen teile ich gerne mein Essen. Aber so eine Gerichtsvollzieherin. Ja, und dann kommt. Ich präsentiere gerne meine ganze Wohnung. Wir müssen ja auch sehr genau sein. Und wir müssen schon uns ganz genau alles angucken, was das für einen Wert hat. Und auch dieser Tisch. Ich habe so einen sehr schönen Schreibtisch aus, jetzt passt mal auf, aus Mahagoni-Holz, aus Indonesien. Mit so Löwentatzen und Löwenköpfen. Und sehr groß, sehr massiv. Ist ein Nachbau aus der Zeit irgendwie und kommt direkt aus Indonesien, wurde dann hierher transportiert für mich. Kostet normalerweise, hat oben noch Leder und so. Also wirklich sehr schön. Also ich sitze an einem wunderschönen Tisch. Ich glaube, die meisten Richter, die auch bei mir waren, haben gesagt, der Tisch ist ja viel schöner als das, was sie im Büro haben. Oder auch in ihrem eigenen Arbeitstisch. Ja, kostet 700 Euro bei Amazon. Also ist jetzt nicht so viel wert. Und ja, ich habe den Chef angesprochen da. Meiner hat an einigen Stellen so Wurmlöcher, da wo man das nicht so sieht. Ich habe ihn für 300 Euro gekriegt. Also sowas ist nicht zu fänden, aber ich lebe sehr vorteilhaft, wie ihr seht. Und solche Tricks mitdenken. Und jetzt kommen deine bezahlten Freunde vorbei und jetzt rechnen wir mal kurz durch. Es geht um, sagen wir jetzt mal so eine Summe, 18 Euro haben wir jetzt aktuell, 12 Monate, 3 Jahre. So lange kann man sich rückwirkend befreien lassen. Man hat vor allem erstmal sehr viel Ruhe auch. Und es geht um 660 Euro. Irgendwie so, ne? Es wird in Zukunft mehr sein. Ja, mit so einer Art störst du den Rundfunkbeitrag massiv. Denn die denken, hey, die wollen sich ja das Geld holen und merken am Ende, hollen und Mist. Und es entstehen Kosten wie Abmahnungen, Anwälte von denen, Behörden schreiben, ne? Die Stadt schreibt manchmal dann mit. Also ich sehe dann auch in einigen Städten, schreibt die Stadt dann sowas wie so Gerichtsvollzieher? Sachen irgendwie. Ich brauche dann sofort einen Beratungsschein, weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Und PKH und Gerichtsverfahren und Gerichtsvollzieher und meine Anwälte, eure Anwälte. Und dann gehe ich auch ganz gerne einfach in den Widerspruch und man kann einfach Spaß haben. Spaß mit deutschen Behörden. Also mit meinen Freunden gehe ich in den Kletterwald, dann überwinden wir uns auch mal. Dann muss man auch mal von 10 Meter runterspringen. Dann, uh, das ist schwer, das kostet Überwindung oder auch mal Klettern, da braucht man Kraft für. Habe ich schon gemerkt, dass ich da mit meinem geringen Körpergewicht im Vorteil bin. So was. Die meisten Mitarbeiter kommen doch nicht mal über den Kinderparcours rüber. Das sind ja alles ungesundet lebende Menschen. Und wenn man den ganzen Tag so sitzt, da gehen ja auch, da verkrüppeln die Muskeln. Und ja, der normale Spaß, den ich mit meinen Freunden habe und mit meinen bezahlten Freunden habe ich so einen Spaß. Also ihr seht, das ist eine andere Art, mit dem Amt umzugehen, mit der Behörde. Was sagt ihr dazu? Ich mache das jetzt schon lange. Ich habe da auch schon ganz schön, also ich habe mir dann auch immer gedacht, ich habe ein großes Vorbild. Erzähle ich euch in einem anderen Video. Also, ja, nicht nur eins. Ich habe viele Vorbilder, aber einer hat es geschafft, Deutschlands größter Unterhaltspreller zu werden. Und der hat mich sehr stark motiviert. Ich möchte seine Summe. Er hat es am Ende geschafft, nach, ich glaube, acht oder zehn Jahren, über eine halbe Million Euro Schulden zu haben. Ich bin noch nicht ganz so weit. Aber ich bin gut dabei. Und ihr seht, ich sehe das sehr sportlich. Ich nutze meine Rechte, ich spiele die Klaviatur der Juristerei und habe Spaß dabei. Die könnten vieles richtig machen. Sie könnten auch vieles sehr vorbildlich machen. Aber wir wollen, die geben Geld aus, dann darf ich das auch. Und wir haben alle Spaß zusammen. So, jetzt bevor ich da, guckt euch lieber die anderen Videos an. Ich schweife immer sehr ab. Aber alles zusammen, wenn ihr das verstehen wollt, was ich da alles erlebt habe. Selber, aber auch bei anderen. Das erfahrt ihr in all diesen kleinen Puzzleteilen. Wühlt euch da mal so durch. Ihr erfahrt ja auch von ein paar Betrügern und so ein paar anderen Betrügern und ein paar andere Leute. Und wie sie so denken, wie ich mit ihnen gegessen habe. Ja, schaut euch meine Perlen auf meinem YouTube-Kanal an. Danke, dass du dir das Video bis jetzt angeschaut hast. Schreib mir gerne, was du darüber denkst, wie du es findest. Sonst komm auch einfach mal in den Livestream dabei. Da bin ich für dich direkt erreichbar. Danke, danke. Und ja, was sagt ihr zu diesen Möglichkeiten, damit umzugehen? Bis bald.